Moin Leute, ich bin Sade und jetzt willkommen zu diesem kleinen Video. Heute sollte eigentlich das DSK bis 2 Video kommen, die zweite Folge. Ich hatte das Video fertig geschnitten und das Einzige, was ich hätte machen müssen, wäre das Video verhindern. Da ich gestern keine Zeit mehr hatte, wollte ich es heute machen. Aber so ich bin, ist mir natürlich irgendwas passiert, was das verhinderte. Ich habe ein Grafiktreiber-Update gemacht und dadurch war ein Festplattenspeicher, also dann war Festplattenspeicher voll und ich konnte das Grafiktreiber-Update nicht machen. Da ich deswegen meinen Monitor nicht benutzen kann, habe ich Festplattenspeicher freigemacht. Mir ist wahrscheinlich dann irgendwie passiert, während ich diesen Festplattenspeicher freigemacht habe, dass ich alle meine DaVinci Resolve 16 Projekte gelöscht habe. Somit habe ich auch das heutige DSK-Bist-Video gelöscht, deswegen kommt das Video heute nicht. Ich muss schauen, ob ich das bis morgen hinkriege. Ich hoffe es. Und ja, damit haben wir wieder Leute, falls ihr irgendwie Speicherplatz braucht, löscht nicht einfach Dateien. Schaut, warum sind die Dateien, was machen die Dateien. Ich habe die Dateien nicht beabsichtigt gelöscht, versehentlich. Ich habe auch nicht in Erinnerung, dass ich einen Blackmagic-Ordner oder einen DaVinci Resolve-Ordner gelöscht habe. Aber ja, deswegen kommt das Video heute nicht. Deswegen kommt dieses Video. Ich wünsche euch trotzdem noch einen wunderschönen Tag. Ich schneide mal das Video komplett neu. Haut rein, euer Nenaks. Ciao, ciao.